...einem zufriedenen Lächeln. Alex sitzt im Proberaum und fügt konzentriert das Puzzle zusammen. Mira liegt hinter ihm auf dem Sofa und raucht. Die Lichterkette und eine Lampe mit pinkem Schirm tauchen den Raum in schummriges Licht. Fertig. Über dem Bild eines BMW Cabrios eine aufgemacht... Ich glaub schon. ...eine Deutschlandkarte in gelber Schrift...